Hallo liebe Leute, Plantic Robots im Studio, Tagebuch Part 1. Der erste Tag ist im Prinzip schon rum. Gestern haben Arne und ich schon aufgebaut, Drum Song Check gemacht und so weiter und heute waren wir schon fleißig und haben schon ein paar Tracks aufgenommen und sind mega begeistert, es klingt tierisch fett und wir können kaum abwarten, es euch allen vorzuspielen. Also bleibt am Ball und hier kommen ein paar Impressionen von heute. Bis zum nächsten Mal. Ein Strapaz. Er hat Gitarren-Fashion gemacht und ja, wird interessant auf jeden Fall. Ja. Tschüss. Tschüss.